Herzlich Willkommen bei ElektroKlimstein am Rathausplatz in Bad Schallerbach. Mein Team und ich möchten Sie gerne zu unserer Hausmesse von 20. bis 24. April einladen. An all unseren Hausmessetagen bieten wir Ihnen Fachberatung, zum Beispiel Montag und Mittwoch die Firma Jura mit ihren Kaffeeköstlichkeiten, am Dienstag kommt die Firma Beidronic und LG mit den neuesten Trends im Audio- und Videobereich, sowie am Donnerstag und Freitag die Firma Miele für uns und mit uns kocht. Die Hausmesse findet in einem besonderen Rahmen statt und zwar feiern wir das 60-jährige Bestehen der Firma Klimstein. Zu diesem Anlass bieten wir unseren Kunden einige Produkte um 60 Euro und als besonderes Highlight gibt es eine Glücksdombola, wobei jeder Einkauf gewinnt. Das Team von ElektroKlimstein freut sich sehr auf Ihren Besuch.